Also wir sind jetzt mitten in Simmering, also quasi in den Slums von Wien und wir gehen jetzt gemeinsam mit Hunden in Gassi und die Hunde haben unseren sozialen Kontakt und wir als Menschen versuchen das untereinander an. Wir versuchen es relativ regelmäßig teilzunehmen, weil es einfach Spaß macht mit vielen Leuten gemeinsam und vor allem mit vielen so netten Hunden gemeinsam in Wien unterwegs zu sein. Vielen Dank.